Ab dem 1. Mai kann man mit dem Deutschland-Ticket günstig durchs ganze Land fahren. Die Nachfrage ist so groß, dass am Montagvormittag der Server der Deutschen Bahn überlastet war. Auf der Website und in der App DB Navigator erschien die Meldung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Im Moment greifen zu viele Nutzer gleichzeitig auf unser Buchungssystem zu. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Wer sich das Ticket kaufen wollte, musste die Alternativen nutzen. Es ist auch in den DB-Reisezentren sowie bei den jeweiligen regionalen Verkehrsunternehmen erhältlich.